Moin Leute, was geht? Ich habe heute ein neues Live Commentary für euch vorbereitet und ich habe einen PSN-Freund kennengelernt und ja, stell dich doch einfach mal vor. Hallo? Hallo? Ja, wer bist du denn? Hallo? Sag einfach mal deine Playstation 3 ID, vielleicht würde es noch jemanden grüßen, dann kannst du erst mal tun. Ja, okay, also die alle das Video jetzt gucken mal hier zu. Sag ich, ist so kein Wesen im Flug drin. Normal. Jo Leute, also ich muss jetzt mein Headset aufladen, aber ihr hört im Hintergrund immer noch die Stimmen von den Leuten. So, also Headset wird aufgeladen, los geht's würde ich sagen. Also, ich möchte euch erst mal meine Waffenglasse sagen. Heute die MP7 und natürlich noch die 5.7, die ich mit dabei habe. und jetzt legen wir einfach mal los. Ich will jetzt nicht verlieren. Ist so, voll peinlich dann. Oh Junge, oh Junge, oh Junge. Ey Junge, das ist noch 10. Ja, so mach mal. Sie machen eine Runde Pug hier mal. Ich sterbe hier die ganze Zeit, meine Freunde. Das ist natürlich nicht so gut. Ja, ich finde die voll als Mutfass. Ich wollte ja eigentlich gar nicht jetzt dieses Commentary machen, aber ich habe mich mit der junge Zocke angemeldet und plötzlich hat sich das einfach so ergeben, dass ich einfach dieses jetzt nur mache. und ihr hört halt einfach die Leute hinten. Meine Leute hier oben. Ja, natürlich campen die. Das merke ich auch gerade. So, habe ich doch noch einen Kill erzählt. Oh Junge, ich brauche auch mal bald wieder meine Videos. Ich muss mal ein bisschen die Achse hier spülen. Oh, oh. Was ist denn das? Das habe ich auch noch nie gesehen. Ich brauche mir hier alle die Kill. Das ist ein normal Vogel, Mann. So sieht es aus, Digga. Das ist ein Vogel, Mann. Ich wünsche Ihnen die Online, Mann. Ja. Chucky55styles und der Lars Goldfisch sind heute an Bord. Ich bin Alberto. H3 R5. Die. Ich habe mich mit Ben Yusano was gezaukt. Irgendwas. Ich frage ihn so. Ich frage ihn so gestern. Wollte Ben ja erstmal heute so. Volle Wins. Na ja. Egal. Kann er nicht alles sein. Nee. Irgendwann hat ein F. Wenn man das voll ist, wirst du. Junge, das ist richtig am Campen, Alter. Gegen der End ist im Campen und da keine Chance, oder? Ja, das ist ja meine Meinung zum Campen. Die wisst ja, die vertrete ich auch, dass Campen scheiße ist. Und ich sehe es hier gerade die ganze Zeit. Wir werden hier gerade richtig voll weggecampt. Und das ist natürlich nicht gut. Das ist... Schrecklich. Aber dafür kann ich jetzt gleich jetzt zwei Leute wahrscheinlich auf einmal killen. Das wäre natürlich... Ach, das... Da habe ich wieder zur Vorschein gehandelt. Der YouTube Gamescom. Mann, Mann, Mann. Scheiße. Guten Tag. Ab Schluss. 6 Minuten 28. Noch ein bisschen lange. Ich sag jetzt einfach mal. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom. See you later, Alligator. Bis dann. Ciao. Wünscht euch euer Turkey 55 Styles. Und natürlich noch euer Last Goldfisch. Bis dann. Ciao. Ciao.